Wir hatten ein bisschen über Balkonkraftwerke und so Zeug geredet. Basti war vor zwei Wochen irgendwie dran, sich das aufs Dach zu schnallen. Und der Druck hat sich auch auf mich erhöht und ich hatte so Suchen auf Kleinanzeigen laufen. Und ich wollte nur aus sportlichem Ehrgeiz mal gucken, wie billig kriege ich es denn? Ja, und ich, wir waren jetzt, der letzte Stand war, glaube ich, so 250 inklusive Lieferung für so ein 800 Watt irgendwas Gerät. Und ich wollte aber eigentlich nicht irgendeinen No-Name-Panel und nicht irgendeinen No-Name-Inverter, sondern sowas Name-Brand, was man kennt. Ja oder Trina oder, wie heißen die anderen, Longy zum Beispiel und von den Invertern halt ein Heumals oder ein Grovat oder ein Day. Das sind ja so A-Kategorie von Herstellern von den Dingern. Wollte ich mal gucken, was da so geht. Da habe ich ein paar gefunden, so ein bisschen komische private Verkäufer hier, die so, die irgendwo eine Palette gefunden haben, was auch legitim sein kann, aber nicht sein muss, was weiß ich. Und da habe ich einen gefunden, der hatte offensichtlich Pech beim Einkaufen und hat nicht gecheckt, ob sein Vermieter ihn lässt. Und dann hat der so ein Ding gekauft für 320, hat sich das liefern lassen, innerhalb von einer Woche festgestellt, dass der Vermieter ihn wahrscheinlich zu Unrecht nicht lässt, das installieren lässt. Und hat es dann für 200 auf Ebay Kleinanzeigen wieder rausgehauen. Das habe ich dann geholt. Jetzt habe ich also ein Set gekauft, zweimal 430er Panels, Trina Bifazial und ein Grovat 800er Wechselrichter für 200 Euro. Was einfach sehr gut ist eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Es ist schon sehr wenig. Die Panels wären ansonsten so bei 80 Euro und der Wechselrichter auch so in Richtung 100 irgendwas. Also guter Deal insgesamt, alles brandneu verpackt. Und ich erspare euch jetzt mal so die Details und Kram. Ich wollte nochmal darauf eingehen, was bedeutet das denn, wenn man jetzt von so einem Name-Brand A-Tier-Listing Grovat so einen Inverter sich zulegt. Das ist so eine Box, so groß wie eine Fritzbox, hat so einen lustigen Henkel, sauschwer. Sieht halt aus wie jeder andere Wechselrichter, Mikrowechslerrichter auch. Ja, genau. Ein Neo 800 oder sowas heißt er. Okay, gut. Und da ist jetzt eine Anzahl von Blättern dabei, die dir wahrscheinlich helfen sollen, das Ding einzurichten. Aber jetzt hat ja zum Beispiel meine Mutti immer gesagt, scann nicht irgendwelche Barcodes von irgendwelchen Chinaschachteln runter, da ist sicher Malware drin. Hattest du immer gesagt damals. Ja, das kann ich mir mal direkt vorstellen. Also gehe ich einfach in App Store und gebe dort ein Grovat. Da wird schon die App dabei sein, oder? Möchte man glauben. Da suche ich, finde ich auch den Herstellernamen so im App Store, da steht so Grovat und da sind dann halt sehr viele Apps auch gelistet. Ich kann das jetzt nochmal nachstellen und dann sieht man halt da, was da rauskommt. Die Firma heißt also Grovat Shine, nee, Shenzhen Grovat New Energy Technology heißen sie. Und das oberste Latest Release heißt InnerView. Das hat sich gut angehört. InnerView wird wahrscheinlich schon stimmen. Da habe ich es runtergeladen und auch die App sieht so aus, da siehst du so Panels und da siehst du Wattangaben und so Kurven. Das wird schon stimmen, ne? Da lade ich die runter, muss ich registrieren, Username, Passwort irgendwie anlegen, E-Mail, dann so ein Code mit deiner E-Mail empfangen und hin und her. Und dann fragt er dich, wie viel Megawatt deine Installation hat. Weil das war für die großen Anlagen. Das war nicht für die kleinen, das war die falsche. Dann habe ich doch den QR-Code gescannt und die richtige App, die du haben möchtest, die heißt natürlich, ähm, ist ganz weit hinten auf der Liste, Shine Phone. Shine Phone. Das ist so ein blaues Icon mit so einer Flamme drin, so Shine Phone. Nein, natürlich, es ist ein blaues Icon mit einer Flamme drin. Dann mache ich die auf, dann ist da, wieder anmelden bitte, ich habe ja schon einen Grovat-Account, oder? Und dann nehme ich den, den ich eben von meinem Kraftwerk angelegt habe, aber der geht nicht, du musst einen neuen anlegen. Dann fragt er dich, hier, Username, Passwort, E-Mail, Kontrollcode eingeben und so weiter, okay, gut. Und dann fragt er nach einem Installer-Code oder Install-Code oder sowas. Denke ich mir, ist das eine Seriennummer? Steht die irgendwo? Dann google ich so, dann steht da dabei, normalerweise müsste dir, der Händler müsste dir ein Install-Code irgendwie gesagt haben. Und ohne kannst du keinen Account anlegen. Und frage ich bei dem Verkäufer auf Kleinanzeigen und sagt dann, nee, hat er nicht. Dann google ich weiter, google ich weiter. Da finde ich zwei Fundstellen im ganzen Internet, wo dieser scheiß Installer-Code steht. Es gibt einen für Deutschland und einen anderen für Österreich. Weil der, der legt wahrscheinlich den, den Grid-Code fest. Okay. Aber es ist für alle der gleiche. Es ist für alle der gleiche, ist irgendwie AS537 oder so. Sehr wichtig. Ja. Okay, gut. Läuft soweit. Also ich habe einen, ich habe einen Account und dann bist du in dieser App drin und fragt die App so, die möchte auf lokales Netzwerk zugreifen. Ja, okay. Die möchte Bluetooth haben. Ja, okay. Okay, dann sagst du neue, neue, er hat nur plant, also neues Kraftwerk hinzufügen, neue, neue Pflanze hinzufügen. Und dann sagst du, ja, okay, gut. Dann sagt dir das Ding auch, du musst aber erstmal, du kannst den Wechselrichter auch an ein Stromnetz anschließen, aber der macht seinen Bluetooth nicht an, bis er am Panel steckt. Mhm. Normalerweise machst du das auf dem Dach, ja. Das ist also, normalerweise bist du dann mit beschäftigt, an jedes zweite Panel so einen Wechselrichter anzustecken und dann dieses Ding, diese Aktion auf dem Dach durchzuführen. Auf diesen Wechselrichter sind, vorne ist ein Barcode drauf, QR-Code. Auf der Rückseite ist ein QR-Code und nochmal, ich glaube, sechs andere 1D-Barcodes. Mhm. Und die sind so beschriftet mit PN und mit SN und mit CC und dann nochmal mit PN und nochmal mit CC. Was mag es sein? Man weiß es nicht. Dann sagt er hier so neue, neue Plant anlegen und dann möchte er eine, eine Seriennummer möchte er haben. Das sind zwei verschiedene aufgedruckt. Und die iPhone-Kamera, die fokussiert nicht richtig auf die nahe Entfernung. Das heißt, du musst halt ungefähr eine halbe Stunde dieses Spiel spielen. iPhone näher, iPhone weiter weg, iPhone näher, iPhone weiter weg. Oder du tippst es ab. Das geht auch von Hand, ja. Aber er sagt dir ja nicht, welches von den Seriennummern er haben möchte. Die lange oder die kurze. Dann habe ich mal die kurze gescannt und sagte, nee, das ist die falsche. Und nachdem du es gescannt hast, sagt er dir, was er möchte. Dann zeigt er dir das Label, wie es aussehen sollte, was er möchte. Aber genau das Falsche. Er zeigt dir nämlich die kurze, aber er will die lange haben. Okay. Das ist einfach sehr gut. Und das steht auch nicht beschrieben, aber das Ding, was die machen, ist, das sind zwei Komponenten in einem Gehäuse. Die eine Komponente ist der Wechselrichter und die zweite Komponente ist quasi ein eingebauter Wi-Fi-Stick in diesem Ding, was bei manchen anderen auch separat verkauft wird. Und die musst du beide separat in der App anlernen. Zuerst musst du die Seriennummer von dem Gerät anlernen, das ist die kurze Seriennummer, und dann musst du die lange Seriennummer anlernen, jeweils mit einer Checksumme, das ist CC, das ist die Checksumme von dem Ding. Und dann musst du quasi das Wi-Fi von dem Ding konfigurieren und dafür brauchst du dessen Wi-Fi-ID sozusagen. Okay. Das ist Ehre. Dann sagt er, jetzt möchte ich mich, möchtest du Wi-Fi oder Wi-Fi S oder Wi-Fi X? Weiß nicht, Erklärung? Keine Erklärung. Also ich habe da rumprobiert und ich nehme an, Wi-Fi ist das, was du eigentlich möchtest, dass du dich mit deinem eigenen echten Access Point verbindest. Dann sollte der ja eigentlich nach meinem Wi-Fi scannen und eine Liste anzeigen von meinen Wi-Fi SSIDs, die er so sehen kann. Dann stehe ich da im Garten und er sagt so, ich sehe kein Wi-Fi hier. Your Wi-Fi is weak. W-E-E-K. Also dein Wi-Fi ist eine Woche. Richtig, richtig, richtig. Okay. Also geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Das Ding, also wenn ich den Stecker vom Wechselrichter rausziehe, dann verbindet er sich gar nicht. Wenn ich den Stecker vom Wechselrichter reinstecke und am Pendel, es war schon dunkel, also kein Strom auf dem Pendel, aber wenn ich es reinstecke, dann meldet er sich auf dem Bluetooth, versucht Wi-Fi zu finden, geht nicht. Und er sagt, er sagt, du musst dich jetzt mit deinem iPhone, musst du dich verbinden mit deinem WLAN, wo du gleich rein möchtest, aber nicht auf 5 Gigahertz, weil der Wechselrichter, der spricht nur 2 Gigahertz. Da bin ich misstrauisch geworden, weil es macht keinen Sinn, weil wenn das Gerät im 2 Gigahertz Netz ist und ich bin aber in meinem gleichnamigen 5 Gigahertz Netz, dann könnten die sich ja trotzdem sehen. Das macht ja keinen Unterschied, das macht ja alles keinen Sinn. Schaue ich in der Fritzbox, verbindet der sich? Nein, verbindet sich nicht. Das war jetzt so eine Stunde im Garten stehen, im Dunkeln, so bis dahin. Ja, okay, gut. Habe ich mir gedacht, du veralberst mich doch, Burschi. Das ist doch, der spielt doch mit mir. Da würde ich von ausgehen, ja. Habe ich gedacht, weißt du was, das kommt mir fishy vor. Ich nehme jetzt einfach so ein Xiaomi-Handy, die sprechen sicher besser miteinander. Also Xiaomi-Handy aus der Schublade gezogen, das war im Fabrikzustand, erstmal neu einrichten, Xiaomi-Wolke, nein danke, Play Store, ja bitte, Play Services aktualisieren, dauert alles ein bisschen, ist nicht das Neueste. Dann diese Shine-Phone-App aus dem Play Store laden, ist genau die gleiche App, sieht genau gleich aus, nur so ein bisschen zusammengestaucht alles, weil bei Android sind unten die Buttons natürlich dort. Wenn sie zusammengestaucht ist, ist sie richtig, auf dem iPhone ist sie in die Länge gezogen. Das ist ja unfassbar. Dann kann ich mich mit meinem Account, kann ich mich dort einloggen, dann sagt er, du hast keine Plant, dann mal Plant einrichten, dann den Seriennummer vom Wi-Fi-Stick da drin scannen, das Scanner geht auch besser auf die Entfernung mit der Kamera und so, das funktioniert auf Android besser. Und dann Bluetooth verbinden und dann mein Passwort von meinem normalen WLAN eingeben und es hat funktioniert. Stark. Das ist einfach, die iOS-App ist kaputt. Top. Das findest du aber normalerweise raus, nachdem du auf der Rückseite von dem Wechselrichter, also vorne und hinten sind Sticker mit Barcodes, ja, also du kannst den nicht mal festschrauben, wenn du oben sitzt, auf deinem Dach, weil du musst beide Seiten von dem Gerät irgendwie abscannen. Das ist der Hit. Und dann hat es funktioniert, dann hat es sich angemeldet und dann war aber schon sehr dunkel und da ist also nichts mehr passiert. Und taucht es dann automatisch in der iOS-App auf? Ja. Okay. Das hat dann funktioniert. Das ist synchronisiert über die Wolke. Ja, das ist synchronisiert und dann ist so Status, also wenn es dunkel ist und der ist aber gerade erst frisch gebootet, dann sagt der Status von dem Wechselrichter so, ich bin jetzt im Standby und am nächsten Morgen ist er dann irgendwie, nee, am nächsten Morgen habe ich, ich habe alles wieder abgesteckt und am nächsten Morgen habe ich dann irgendwie die Sachen zusammengesteckt und jetzt läuft das erstmal. Ich habe das jetzt erstmal provisorisch in die Wiese gelegt und es läuft und es macht Strom und das ist eine insgesamt relativ große Freude. Ich habe jetzt heute den ersten vollständigen Tag vier Kilowattstunden dort rausgeholt. Das liegt jetzt relativ ungünstig, aber da kommt schon ordentlich mein Strom raus und das ist relativ fantastisch. Der Tipp ist nur, auch wenn die Grobat-Inverter so wahrscheinlich technisch vom Strom her ganz okay sind, die Software ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, das muss so sein und ich wette ja, dass meine Experience nur einfach weniger beschissen war, weil ich nicht die offiziellen Eumals-Sticks und so benutzt habe, weil da brauchst du ja einen Stick, einen Funk-Stick für, um von deinem, den du in deinen Rechner steckst, dass der mit seinem proprietären Funk dahin spricht. Und was ich ja stattdessen einfach gemacht habe, ist mir diese OpenDTU, die Data Transmission Unit zu installieren, also auf einen Arduino zu installieren mit einer Antenne dran und dann das Web-Interface davon aufzumachen, was erstaunlich nett ist. Es ist einfach ein nettes Web-Interface, das man benutzen kann. Wenn man es noch einfacher haben will, nimmt man eine Heu-DTU und ich glaube, nur deswegen ist der Heu-Miles überhaupt zu ertragen, weil ich wette, das ist genau derselbe Shit und ich habe gerade mal im Play Store die Bewertungen von den ganzen Grobat-Apps angesehen. Also die haben ja Shine Phone und Shine Tools und MyGrow und wie es alle heißt und so irgendwie 1,9 Sterne, 1,6 Sterne, 2,6 Sterne ist schon wirklich das Höchste, was da geht. Also das ist wirklich aus der Hölle. Das Witzige ist ja bei diesen ganzen oder bei vielen solchen Apps, die ich jetzt auch schon auf Videos gesehen habe und so, das ist alles super safe und secure, weil das alles so mit Passwörtern zugedongelt ist. Also auch zum Beispiel, wenn du jetzt bei dem den runterregeln wolltest, auf 600 zum Beispiel, dann müsstest du da an einem super geheimen Superpasswort vorbei. Ich verrate euch das jetzt. Ist aber auch super, super safe, weil das ändert sich jeden Tag. Habt ihr einen Stift? Schreibt mal mit. Das super geheime Superpasswort, um der Parameter in dem Ding zu verändern, lautet Grobat 2024 0810 Weil heute der 10. August ist. Das wird doch nicht sein, nicht. Naja, dann hab ich immer mein Passwort vergessen und dann hat er zurückgesetzt und hat er es automatisch zurückgesetzt auf 123456. Das ist sehr praktisch. Ja, sehr gut. Also dürften jede Menge Accounts mit 123456 ausgestattet sein. Und außerdem ist noch diese Shine Tools App, das ist so eine Debug App, steht da. Hab ich auch gedacht, kann ich jetzt irgendwie Parameter von dem Ding noch mehr irgendwie einsehen und so, aber das hat ein anderes super geheimes Passwort. Das ist OSS und dann das Datum. For fuck's sake. Also das ist, deswegen, ich werde auch in der nächsten Woche in der Sendung sowas sagen, wie lasst euch bloß nicht in solche Hersteller Clouds von irgendwelchen solchen Spaßfirmen einsperren. Der Punkt ist nur so, das sage ich auch in der nächsten Sendung, bei so einem kleinen, mehr oder weniger Wegwerfartikel wie einem Wechselrichter ist es wahrscheinlich wurscht. Wenn ihr eine große Anlage habt oder irgendwie einrichten möchtet, dann noch mehr auf die Offenheit von sowas achten oder halt wie bei dem Heumiles sowas wie diese Open Funkschnittstellen zu nutzen oder so. Und das funktioniert halt sehr zuverlässig. Oh ja. Ja. Ich ändere gerade mal nochmal das Passwort von dem Account, weil vielleicht ist das besser, wenn ich das nicht in der Sendung sage und nicht ändere. Ach, come on. Ah, sehr gut. Wahrscheinlich, weil Fragen sind beim Zurücksetzen. Hattest du mal das Passwort? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Ja, also. Also, ich schaue mir das jetzt mal an. Ich habe noch keine Lösung genau, wo ich es hinhaben will und wie ich die dort befestige. Ja. Das ist so ein bisschen trickreich. Ich habe die ganzen Sachen gesehen, die es so gibt. Es gibt, was ich ganz charmant finde, sind so Sachen aus Beton, die von alleine schon schwer sind zum Beispiel. Ich habe so ein System gesehen, ich habe den Namen leider vergessen. Das war so ein Betonfuß und dann so ein Lego-Brick, den du so in verschiedenen Winkeln dort in diesen Betonfuß reinstecken kannst und dann das auch den Winkel verändern kannst. Ja, ja, ja. Das habe ich auch gesehen. Also solche Sachen gibt es da. Und, naja, was haben wir noch gesehen? Ja. Ich war erstaunt, wie groß die Dinger sind, passen perfekt in eine BYD rein. Ich kriege sie nur mit Mühe vom Fleck. Es ist wirklich, so 20 Kilo in der Bauform sind einfach sehr unhandlich. Und jetzt, du... Hast du die Abmessungen gesagt, es waren irgendwie 1,80 mal oder 1,70 mal 1... 1,76 mal 1,13. 1,13, ah ja, okay. Und jetzt, du erinnerst dich ja an die Aufständerung, die ich zu Hause habe. Ich habe da vier Panels alleine drauf gemacht, auf dieses Ding. Aufs Dach. Und jetzt überleg mal, meine sind sicherlich genauso schwer wie deine. Nimmst du die und musst die da vorne so aufsetzen, schräg auf dieses Ding. Und ich habe ja da nichts, wo das unten feststellt. Das heißt, ich habe mir die unten auf den Fuß gestellt, weil die so 10 Zentimeter weiter oben sein mussten, um dann die Klemmen festzuschrauben. Das war der Hit. Das war der völlige Hit. Es gibt natürlich auch deutlich nicere Aufständerungen, je nachdem, was man so haben will, wo du sie quasi wirklich nur reinlegst und dann klicken die fest und so weiter und so fort. Aber ja, das ist schon einfach... Die sind schon schwer. Ja. Und wollte ich noch was dazu sagen? Also genau, nächste Sendung ist die 911. Die kommt also in ungefähr einer Woche raus. Die haben wir schon aufgezeichnet mit Special Guest. Ich glaube, die ist ganz interessant, wenn man sich dafür interessiert. Und die ist vom Audio so... Entspricht nicht meinen hohen Ansprüchen, die ich an so eine Audioqualität habe. Und ganz am Ende von der Sendung und in der Postshow nimmt es nochmal ein bisschen ab. Aber ich glaube, man kann sich trotzdem anhören. Und das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Überblick, was man da beachten kann. Muss, soll für kleine Anlagen und für große Anlagen. Und die kommt dann in einer Woche raus. Genau. Sonst noch Fragen dazu? Habe ich noch irgendwas? Ich hatte das Gefühl, ich wollte noch irgendwas sagen und habe es aber vergessen. Weiß ich nicht. Du hast ja keine Batterie, oder? Nee. Das geht dann in die Steckdose rein. Und wird irgendwie vom Zähler voneinander abgezogen. Also im Grunde ist das nur so ein Hack, um dem Zähler glücklicher zu stimmen. Was auch so lustig ist. Tesla, ja. Ich hätte gerne praktisch die Hälfte, also die Hälfte von dem Panel, also 400 Watt plus minus und halt auch von der Hälfte der Größe natürlich logischerweise. Und einen sinnvollen Aufsteller, der nicht damit besteht, dass ich irgendwie Teile montiere oder Lego-Betonplatten ausrichte. Ein Wechselrichter, der nicht diese Prozedur erfordert, die du gerade geschildert hast. Ein Dings, dass ich dann einfach natürlich hier Schuko-Steckdose stecke. Und der auch nicht unbedingt 20 Kilo wiegt, sondern halt 10 Kilo, den ich vielleicht auch mal von einem Balkon auf einen anderen Balkon packen kann. Ja, ja, ja. Das ist das, was ich suche. Ich habe, Hörer Boris hatte neulich mal gefragt und für den, der hatte auch genau diese Anforderungen mehr oder weniger, für den habe ich auch ein Set gefunden. Oh, oh, oh. Ich gucke mal, ob es das noch gibt, dann schicke ich dir da mal einen Link. Okay, okay. Das war auch so, also das Ding ist ja, du musst ja die Daten nicht einsehen. Die Daten, die Statistiken sind ja auch nur dafür da, dass du dich irgendwie gut fühlst. Ja, aber ich habe irgendwo hier auch im Witz und so, glaube ich, wurde mir mitgeteilt, dass man diese Anlage ja nur aufbaut, um diese Daten sich anzuschauen. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, das ist auch nur ein Hack, damit sich der Stromzähler, also im Grunde passiert die Magie in deinem Stromzähler. Auf dem Kabel ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Hörer fragt im Chat, wie ist es denn? Wird er dann tagsüber einfach eingespeist und steht sofort für den Verbrauch bereit? Zeit, genau, und das ist auch so der Haken quasi, er steht nur sofort bereit. Ja, und nicht später, wenn du später willst, dann brauchst du eine Batterie, sondern nur zeitgleich. Das heißt, wenn du 600 Watt von der Sonne kriegst und 600 Watt verbrauchst, egal wo in deinem Haushalt, dann zieht das der Zähler voneinander ab und zählt null. Und kannst du einschätzen, was zum Beispiel, also ich meine, du hast ja jetzt noch nicht so lange laufen gehabt, aber was halt irgendwie auch Bewölkung oder jetzt irgendwie mal Regentag, wird es am Regentag da irgendwas rausholen? Ja, irgendwas sicherlich. Du siehst auch hier an der Kurve, da sind halt Wolken durchgezogen am Nachmittag zum Beispiel. Was halt dieser Ausschlag am Vormittag ist, weiß ich nicht, wo das herkommt. Und dann siehst du am Nachmittag, wenn es halt dunkler wird, das ist so relativ früh hier schon, weil die vom Haus verschattet werden, dann siehst du hier einmal geht es runter, da wird das erste verschattet. Und dann geht es nochmal runter, da wird das zweite verschattet. Und ganz am Schluss hast du halt noch eine Stunde lang 20 Watt oder so. Okay. Also ich finde es erstaunlich, wie viel noch bei rumkommt, wenn einfach keine Sonne mehr scheint, also gefühlt keine Sonne mehr scheint. Ja. Und wenn es halt irgendwie nur 80 Watt sind. Aber es ist schon witzig, dass einfach so 80 Watt aus keiner Sonne quasi rausfallen können. Und nur damit, also ich meine, das wird wahrscheinlich auch nächste Woche dann besprochen, vielleicht einfach nur als Teaser für die Sendung. Aber meine Frage wäre, warum kauft man sich nicht so eine Iglo-Batteriebox, um da Sachen einzuspeisen, weil es zu teuer ist, weil es zu unpraktisch ist? Das kostet nochmal ein paar hundert Euro. Das kostet so ein Tausender. Die waren teuer, diese. Also ich meine, die kannst du dann natürlich auch irgendwie in einen Camper mitnehmen oder so, wenn du natürlich irgendwie so ein super flexibles System dir basteln willst für unterwegs, dann ist wahrscheinlich das eine Herangehensweise. Aber ich glaube, wenn du da die Idee hast, sagen wir mal so, wenn du die Idee hast, mit diesem Solarkraftwerk Geld zu sparen, dann brauchst du damit diese Box nicht anzufangen, glaube ich. Genau. Die Frage ist, was stöpselst du dann? Also du musst ja vielleicht ein dediziertes Gerät haben, was du explizit dann einstöpselst. Du fängst ja nicht an, jedes Mal die Waschmaschine umzustecken, wenn dann die Box vollgelaufen ist oder so. Außer du wohnst halt im Camper. Naja, aber du, also was du ja, wenn du jetzt einen Akku zu Hause hast, dann hängt der ja einfach zwischen Wechselrichter und Steckdose und wird ja langsam vollgemacht. Und dann, wenn Strom gebraucht wird, dann kommt es halt aus dem Akku statt aus dem, weil dann der Akku auch, also der hängt auch einfach an der Steckdose. Der Akku hängt in der Schleife mit. Genau. Dann kannst du dann auch an die, du könntest den auch praktisch vollladen tagsüber und jetzt blöd gesagt, dann nimmst du den Akku abends und stellst den neben eine Steckdose. Den musst du ja gar nicht, der steckt ja schon. Der steckt ja einfach in der Schleife drin. Genau, der steckt einfach in der Schleife drin. Und dann, dann zieht sich diese Batterie aus dem Akku. Und das besprechen wir auch, nämlich, dass du halt, du musst ja nicht deinen ganzen Bedarf von dem Ding decken, sondern du machst damit nur so den unteren, das untere Ende von deinem Verbrauch weg. Das heißt, deinen ganzen Standby-Kühlschrank-Fritzbox. Genau. Und wenn du tagsüber im Homeoffice sitzt, dann halt noch den Laptop laden und so. Und ich betreibe halt die Klimaanlage tagsüber davon. Und das muss man, also, wenn draußen richtig die Sonne knallt, wird es hier oben sauheiß. Und die Cleaner, die Cleaner, die Klimaanlage braucht ungefähr 1000 Watt. Und, also ein Kilowatt. Und das kann ich halt mit diesen vier Panels, die da draußen rumstehen, kann ich halt diese Klimaanlage betreiben. Und das ist halt eine Grundlast, die, also ich habe halt eine Kilowattstunde pro Stunde, die ich halt verbrauche. Und normalerweise, wenn ich hier oben sitze und die Klimaanlage ballern. Davon kann halt, dass das Limit ist, 800 Watt zum Einspeisen. Dann hast du halt 800 von deinen Panels und 200, die du aus dem Netz beziehst. Und fragt auch der Chat so, ist das schlecht oder schlimm, wenn da 500 Watt ungenutzt ins Netz abfließen? So, nee, die hast du dann halt verschenkt. Ja. An deinen Betreiber. Aber das ist dann okay. Das passt dann. Ich meine, das kannst du dir natürlich, hatte ich ja schon erzählt, das kannst du dir natürlich selber limiten. Also je nachdem, wie viel Bock du hast zu basteln. Ich gucke da speziell Leo an, steht zumindest noch im Skript, dass ich das sagen muss. Ja. Und du kannst natürlich dann, wenn du, je nachdem, wie viel Nerd du halt bist oder wie gut dein Wechselrichter schon mit irgendwas kann, kannst du natürlich den Wechselrichter limitieren und sagen, oh, ich brauche jetzt nur 500 Watt und möchte keine 300 Watt nach draußen speisen. Dann limitiere doch bitte. Also warum man das will, gibt verschiedene Gründe, ob man das möchte oder nicht. Aber das könnte man natürlich auch machen. Und wenn du noch einen alten analogen Stromzähler hast mit der Drehscheibe, dann dreht der rückwärts. Und das ist jetzt für eine Übergangszeit erstmal erlaubt, bis dein Netzbetreiber dann einen neuen Zähler einbaut, den digitaler, der dann getrennt rein und raus zählt. Aber das kann sich natürlich lohnen. Aber der Rest wird halt natürlich funktionieren. Also und was wir halt zu Hause hier tatsächlich einfach seitdem wir jetzt machen oder noch mehr darauf achten, dass wenn wir halt Wäsche waschen oder die Geschirrspülmaschine laufen muss oder so, dass das halt einfach tagsüber passiert. Ja. Es gibt auch Drehscheibenzähler mit Rücklaufsperre, das ist richtig, sagt der Chat, Nikolas, gibt's auch. Das ist ein kleines Symbol mit so einem Haken, der dann zurückläuft, also nicht zurückläuft und dann lohnt sich's halt auch nicht. Aber lohnt sich trotzdem, wenn ihr es irgendwie tagsüber wegbringt. Und wenn ihr sagt, ihr seid eh im Büro und dann nehmt ihr halt ein kleineres, was halt nur 200, 300 Watt maximal liefert und dann oder ihr verschenkt es halt. Also es sind viele Optionen, das ist hoffentlich dann alles in der nächste Woche Sendung alles erklärt und wenn da Fragen sind, auch gerne stellen. Ich kann keine individuelle Beratung außer für Leo leisten, aber so, wenn ihr da Sachen habt. Und auch Hörer haben ihre mehr oder weniger schönen Geschichten von ihren Installationen erzählt. Da waren auch Leute dabei, die halt von den Handwerkern betrogen worden sind und so Schäden am Haus ausgeübt worden sind und nicht angeschlossen oder falsch angeschlossen oder haben die Dachziegel irgendwie beschädigt. Es ist lauter so Kram oder Passwörter nicht bekommen, Passwörter für Grobat offensichtlich, Riesentheater. Also lauter solche Sachen können da passieren, deswegen, wenn ihr sowas in Auftrag gebt, halt aufpassen und kontrollieren und alles, auch bevor ihr bezahlt, also nicht zahlen, bevor ihr die Passwörter habt und so ein Zeug. Also solche Sachen würde ich da beachten. Und was war, achso, ich höre die nächste Folge, dann weiß ich das. Hoffentlich. Brauche ich die Frage nicht mehr zu stellen. Okay, gut.